Ah fuck man! Zu weit entfernt man! Hinten I-Core drin! Zeug drüber! Nein, ich hab Zeug! Ich hab erupt! Bebuff! Oh, Aero-Tanks! Oh, scheiße! Red Skunk direkt! Ah, ich geh vor! Damage auf Samina! Gleich! Oh, Instant Stunt! Big Damage, Big Damage! Direkt! Okay, nevermind! Möchtest du den Dev Tank? Dev Tank ist geil! Vorsicht! Lauf, 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 lauf! Ich kann nicht! Cleary ruht im SOS! Cleary im SOS routet! Jugo! Wir haben gesaust! Oh, viel Schaden ist gleich bei mir! Ich hab nirg! Ey, das scheiß SOS! Ich werd auch gesaust! Gehen nach hinten durch! Kommen wir mit dem! Josh, kommen wir zurück! Damage noch auf mir! Der eh nochmal gesetzt! Stunt jetzt von der Seite! Oh, Alter! Ich hab kein Mana! Ich muss potten! Ich muss drükk, drük! Drück, drück! Top! So你知道 ist jetzt raus! Okay, cool... Nice Trip! Najeein! Den hat der D-E! Warte, warte, warte! Nein! Ich dann, siehe es nicht! Was ist denn der D-E los? Ich mach schnell mehr von... aldennnych hause ich! иг! trabal biraksi Cleary in SOS! Kannst du assisten? Geht nicht, rad nicht! Kann ich nicht! IES теперь! Keine Mana Break. Absolut keine orphans Ichכשler! Und Power Pot ist leer! scheiße gute minne kläre am seite frei kommt er kommt ich brauche den ja aber zähle ich komme von hinten kläre komponente damit gemützt wird es ist ja ich bin 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 ich kriegt auch nicht stehe auf dem mana man sich keine mana mehr die min ist an mir potten ja ja immer noch ich kann nicht ja ja jetzt das war mein fehler am anfang ich war zu für den ja gut er hat einer von euch stehen aber nun ja hier cast ist dann ja ich hab den gemützt ja ich aus versehen das war echt ein versehen okay ja okay ist ja kein problem weil das hat mich alles gewundert ich kann den jetzt dann alter direkt mal von bitte und dicks klick habe ich immer noch nicht ja ich krieg meine ebenfalls weg